Was ist an Herrn Merz trampistisch? Er macht eine Form, er treibt seine Partei in eine politische Auseinandersetzung rein, die er am Ende nur gewinnen kann, wenn er eine Mehrheit hat für eine Alleinregierung. Er macht alle Wege in andere Richtungen zu. Also wenn man jetzt mal unterstellen würde, man wolle Olaf Scholz davon überzeugen, die Grünen rauszuschmeißen, das ist ja das, was einige CDUler fordern, die sind ja auch nicht so nett zu uns. Passiert ja auch. Ja, in der Bundesregierung habe ich das noch nicht erlebt. Aber die wollen das in der Bundesregierung haben und dann möchte Herr Scholz mit Herrn Merz karrieren, was Herrn Merz gefallen würde, weil dann wäre die Frage Kanzlerkandidatur geklärt. Dann würde ich das nicht so machen. Dann würde ich das etwas eleganter machen und nicht in der Art und Weise, wie er es gemacht hat. Und das meine ich mit trampistisch, Opposition um jeden Preis, egal was dabei rauskommt.